Herzlich willkommen. Wir haben eine neue Serie für euch, nämlich falsche Glaubenssätze im Handwerk. Und wir fangen heute mit einem Glaubenssatz an, nämlich meine Kunden sind nicht online. Das Ziel ist es einfach nur, immer aufzuzeigen, hey, dieser Glaubenssatz, woran hindert er dich gerade? Warum stimmt der eigentlich nicht? Und wie kannst du das Thema, was dich gerade dahinter dann bewegt, dir was lösen? In dem Sinne ist jetzt der erste Teil der Serie. Viel Spaß dabei. Erstmal herzlich willkommen zum Video. Mein Name ist Alex, Marvin auch im Start. Hi. Und wir haben heute den Glaubenssatz, meine Kunden sind nicht online. Das ist ja ein häufiges Thema, was wir hören. Wir als Agentur, als Online-Agentur, können ein Lied von singen. Und ganz viele Handwerker denken ja nach wie vor wirklich, mein Klientel, ja, das ist ja 50, 60, aufwärts. Wobei aufwärts glaube ich bald nicht mehr, weil dann sind sie auch bald tot. Die sind nicht online. Ja, ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Also einmal aufgrund des Klientels, aufgrund der Kaufkraft und aufgrund des Alters. Da denken viele Leute, dass ihre Kunden nicht online sind. Ja, wir können ja mal die beiden Themen durchgehen. Also in erster Linie muss man ja erstmal definieren, was heißt eigentlich online. Wenn jetzt viele Leute daran denken, was heißt eigentlich online, dann denken viele so an das Thema natürlich soziale Medien. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat und so weiter. Und dann gibt es natürlich aber auch noch andere Online-Plattformen oder Online-Kanäle, sage ich mal. Natürlich auch klassischerweise Online-Magazine oder Tagesthemen, Spiegel Online etc. Das sind natürlich auch riesige Online-Kanäle, wo sich Leute aufhalten. Und jetzt muss man erstmal überlegen, okay, wenn man jetzt die beiden Aspekte durchgeht, Klientel und Alter. Ja, zum Thema Alter kann man einfach sagen, da gibt es natürlich gewisse Abstufungen in den Plattformen. Wenn wir jetzt über TikTok sprechen und so, da hast du völlig recht. Da wird es mit Sicherheit im Handwerk nicht das ideale Klientel jetzt zum jetzigen Zeitpunkt geben. Wir haben jetzt Q3 2024. Also es ist im Endeffekt bei TikTok noch so, dass es eine relativ junge Zielgruppe ist. Aber bei zum Beispiel Facebook und Instagram haben wir einfach sehr, sehr hohe Ausprägung von Leuten zwischen 30 und 55. Das ist einfach so der Hauptnutzeranteil dieser Plattformen oder auch dieser Plattformen im speziellen Facebook. Und ja, das ist im Endeffekt ja eigentlich genau das Klientel, was man auch bedienen möchte. Als Handwerker, auch Leute, die sich jetzt schon mal ein bisschen mehr leisten können, die vielleicht jetzt nicht in die erste Wohnung ziehen oder ins erste Haus vielleicht sogar ziehen, sondern die da auch, ja, einfach auch höherwertige Produkte haben wollen, allein jetzt vom Alter her gesehen. Genau. Also man muss sich auch mal fragen, ja, ich meine, wir reden jetzt über Glaubenssätze. Woran hindert dich der Glaubenssatz eigentlich? Und man muss einfach, also fairerweise ist es so, ein Euro online richtig, das ist ganz wichtig, richtig investiert, bringt viel, viel mehr, als ein Euro in der Zeitung richtig investiert. Ist einfach so, jeder weiß, Zeitung, Radio, etc. Es gibt trotzdem sehr viele Betriebe, die damit Werbung machen, einfach mangels Alternativen, weil sie denken, ja, da ist man mein Klientel. Das Schöne ist halt, online, oder der Unterschied zur Zeitung ist einfach, ich kann online mir genau raussuchen, wen ich haben möchte. Und das ist halt, deswegen sind wir der Meinung, das ist ein falscher Glaubenssatz, weil A, stimmt das nicht. Die Leute sind online und ich habe online eine bessere Abdeckung als in jeder Zeitung. Was meine ich damit? Wenn wir jetzt von online reden, reden wir von den sozialen Medien, wir reden aber auch von allen anderen Plattformen. Das sind Zeitungen, digitale. Das kann auch heißen, ich rufe einfach mal meine E-Mails auf und ich meine, wie viele Menschen kennst du, die keine E-Mail-Adresse haben? Ich kenne jetzt so zwei, drei. Davon sind aber zwei über 80. Die werden bestimmt bei dir jetzt nichts mehr groß kaufen, weil die gucken eher, was geht so die nächsten Jahre gesundheitlich ab. Und ansonsten hat jeder eine E-Mail-Adresse. Das heißt, jeder ruft irgendwann mal im Laufe der Woche seine E-Mails auf. Also spätestens dann ist der online. Und wenn man jetzt überlegt, im Gegenzug, wie viele Leute lesen denn noch Zeitungen? Und vor allem, wie viele, wenn ich sage, ich habe alle Zeitungslesen in der Region, komme ich vielleicht noch hin, aber wie viele lesen eine bestimmte Zeitung? Weil wenn ich jetzt Zeitungslesenung mache, kann ich ja nicht in jeder Zeitung auf einmal sein, sondern bin in einer Zeitung. Habe ich vielleicht von, keine Ahnung, 100.000 Menschen in meiner Region, kriege ich dann noch 5.000. Ja, und auch da muss ich das Glück haben, dass genau die Person auch auf die richtige Seite noch geht. Exakt, exakt. Und ich bezahle aber für jeden, der sie kauft. Ja, genau. Und das ist halt das Ding, also dieses, meine Leute sind nicht online, also zeig mir einen, der nicht online ist, und ich zeige dir 20, die dein präferiertes Werbemedium gerade nicht nutzen, in deiner Region. Das ist ganz normale Statistik einfach, die da stattfindet. Bedeutet, die Leute sind online, so. Nächste Aussage, Leute, die online sind, haben das Geld. Und es ist tatsächlich so, muss man sagen, dass Leute, die wenig Geld haben, mehr online sind. Das stimmt. Aber an der Stelle kommt jetzt halt wieder das Thema Algorithmen ins Spiel. Wenn ich das gut mache, initial, und wenn ich jetzt als normaler Marketingpraktikant bei dir blende in der Firma und sage, ich mache mal eine Werbeanzeige, dann erreiche ich doch erstmal die Leute, die kein Geld haben. Dann wundert es mich auch nicht, wenn du das schon mal probiert hast, warum du sagst, ey, die Leute, die online sind, die haben alle das Geld gar nicht. Weil am Anfang erreiche ich immer erstmal die Leute, die günstig zu erreichen sind, die die viel Zeit an der Verbringung sind, die im Regelfall kein Geld haben. Und die Leute, die wirklich das Geld haben, sind schwer zu erreichen, weil die sind am Tag vielleicht eine Viertelstunde online. Die anderen sind 5 Stunden online, 8 Stunden online. Aber wenn ich in der Viertelstunde abhole, bin ich halt super relevant für die und kann mir aussuchen, wen ich auch haben möchte und bezahle auch nur für den. Klar, das kostet dann für die einzelnen Einwendungen ein bisschen mehr als für den billigen, aber es bringt halt auch viel, viel mehr. Bedeutet, ich kann online meine Werbung viel gezielter ausspielen und vor allem sehe ich auch, zum Beispiel, welche Bilder und Texte bringen online was. Also, oder andersrum, nicht bringen online was, bringen was. Das sehe ich in der Zeitung jetzt zum Beispiel auch nicht. Bedeutet, wenn du jetzt noch Zeitung und Radiowerbung machst, wo du sagst, da ist deine Zielgruppe, deine Zielgruppe ist genauso online. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die Konzentration deiner Zielgruppe in der Zeitung höher ist. Vielleicht hast du von den Leuten, die du haben möchtest, in der Zeitung 30%, online nur 10%. Aber du kannst halt online gezielt diese 10% erreichen, wenn du in der Zeitung nicht gezielt die 30% erreichen kannst, sondern dann alle bezahlen musst. Und das ist der ganz große Unterschied, der dich gerade sehr viel Geld kostet, wenn du es gerade immer noch so machst und nicht auf online setzt. Wir haben jetzt hier bei uns in der Agentur natürlich noch den Vorteil, dass wir jetzt genau auch Erfahrungswerte haben und wissen, wie erreichen wir diese Leute genau, wie müssen wir die ansprechen, zu welcher Zeit sind die online und so weiter. Das heißt, da haben wir natürlich einen gewissen Erfahrungsvorsprung auch einfach, dass wir halt wissen, wann wir diese höherwertigen Kontakte anreichen. Fast jeder, mit dem wir reden, hat ja schon mal gesagt, der hat es schon mal irgendwie probiert, hat es schon mal selber probiert, hat es schon mal Praktikanten drangesetzt, hat schon mal irgendwie eine kleine, feldweil miesen Agentur aus der Region drangesetzt. Und klar fielen die Erfahrungswerte. Online ist einfach schwieriger. Jetzt rein vom technischen her als Zeitung. Zeitung schickt du ein Bild hin, drucken die ab, hat am Ende dann vielleicht einen Kunden gebracht für 1.000, 2.000 Euro. Ist eigentlich nicht wirklich lukrativ, aber hat ja auch ein bisschen Sichtweite gebracht. Online kann ich auch 2.000 Euro ausgeben und keinen Kunden gewinnen. Ja, sicherlich, kann auch 5.000 ausgeben, keinen Kunden gewinnen. Aber wenn ich es halt richtig mache, dann kann ich auch einen Kunden für 2.000, 300 Euro gewinnen, je nach Bereich. Und das macht dann halt deutlich mehr Spaß. Also in dem Sinne, dass die Kunden nicht online sind, es stimmt einfach nicht. Also es ist einfach nachgewiesen, falsch. Und es hindert dich gerade daran, das Werbemedium für dich mal wahrzunehmen, kennenzulernen, was gerade einfach auf dem investierten Euro, wenn man es richtig macht, wie gesagt, ganz wichtig, wenn man es richtig macht, das meiste an Ertrag bringt. In dem Sinne, wie gesagt, wenn du dich mehr darüber informieren willst, wie gesagt, abläuft, schau gerne auf die Website. Da haben wir auch Ressourcen, da haben wir auch diverse Schablonen, Vorlagen, dass du mal siehst, wie funktioniert Online-Werbung. Da siehst du auch Leute, die bereits mit uns Werbung schalten zum Beispiel, die dann auch mal erzählen, hey, davor war es so, da habe ich so Werbung gemacht, jetzt mache ich das auf dem Online-Weg. Und das hat die und die Vorteile und hat da vielleicht auch die und die Nachteile gebracht in der Zeit. Kann ja auch mal sein, ist ja auch mal eine zweiseitige Betrachtung. Aber im Regelfall ist Online halt deutlich effektiver. Und ja, schlag dir einfach aus dem Kopf, dass es deinen Leuten nicht online ist. Das stimmt einfach nicht. Egal in welcher Region du bist, egal wo du ein Deutscher bist, es stimmt nicht pauschal. Wenn du sagst, es ist wirklich so, du bist da 100% überzeugt von, trag dich bei uns ein, ich beweis dir das Gegenteil. Hier ist mein Angebot für dich. In dem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Lass gerne einen Daumen nach oben da, schreib gerne in die Kommentare, wenn du dazu auch eine Meinung hast. Und ja, bis zum nächsten Mal. Lass gerne einen Daumen nach oben da, schreib gerne in die Kommentare.